Dann geht Ray mit zu mir und Rhino mit B dann, ja? Ja, dann mach ich wieder 10 und geh wieder zu den Reifen, ja? Ja, ja. Soll ich bei Harry kurz ins Quote, dann bin ich weiter vorn? Komm drauf! Felix steht an der kleinen Treppe vor B. Neben dem Shop ist einer. Felix ist gespottet. Habt ihr Smoke bekommen bei mir? Auf D. Felix ist am Shop vorbei. Jetzt am Van. Dauernd, sehr gut. Einer ist draußen, ab jetzt will ich irgendwo. Ja, im Raum steht er an der Ecke lang. Und einer kommt gleich kurz. Ich spawn gleich rein. Einer am Van. Einer von unserer Base zu D. B. Was? Von unserer Base? Ja, ja. Von unserer Base. Im Shop ist der bei B. 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 Dann geh ich jetzt mit auf. Ich guck mal, wo was los ist. Nein, ich komm dir jetzt. Dunkel hör ich was. Ich bin grad B alleine. Komm auf B rein. Nee, auf C. Sorry, auf C. Guck, kleiner Gang hinten. Ah, lang muss was sein, ne? Ja, da kommt was. Wo? Komm jetzt zwei Mann. Ja, ja. Ach so, ja, ja. Zwei Mann. Sorry. Ah! Doppel, doppel. Doppel, doppel. Oh Mann. Drei Mann C jetzt. Container, außer? Ist einer. Der eine ist jetzt im Haus, C. Schmaler Gang. Zwei Mann, schmaler Gang. C weg Einer dunkler Gang Ich gehe D rein Wir sind drei Mann, mindestens 20er Ja, einer gespottet Kommt jetzt gleich Hab ich Einer dunkel Man rennt von C zu D über unsere Base Spawn D Treppe Ich gehe D Treppe Ach, der ist schon da Kommt runter Hab einen Ich hole dich, wo geht Einer ist gespottet an der Seine Richtung B Hast du den? Nein Der Kug ist da hin Der Kug ist da hin Hier ist ein Gate Zier Gate Ich komme von der Base Ray, alles in Ordnung? Ja Gut Ray, der ist links außen lang Ja, ja, schwiss Ich hatte King gesehen Der müsste auf Harry jetzt kommen Fertig Okay A wird geblockt von einem wahrscheinlich Brauchen wir Hilfe bei A Ah, der ist jetzt B lang Zwei Mann Da ist noch einer Harry Da ist noch einer Harry Da ist noch einer Harry Da sind zwei B B lang Bei A bräuchte ich Wenn jemand Zeit hat Hilfe Werde ich geblockt Werde ich geblockt Einer bei C Flagrange an den Trommeln Der ist Bibo oder ohne Van Dunkel kommt was runter Dunkel kommt was runter Jungs Nein, hab ich auf C Ziehe Nice Aber Geh du Rayno Geh du Werder soll ich dich holen C wird geblockt alleine Schön 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 Im Haus Und im dunkler Gang Dunkel habe ich Im Haus ist noch Zwei Mann geht Schön Wahnsinn Ja, ja, A A ist einer Ohne Van, ja Sehe ich Ich gehe Haus Da müsste Bibo sein oder Garage Drei Mann A Ohne Van Ich habe alle Nein Ohne Van Da war noch was Nein, die sind noch Die sind noch Einer ist noch in der Ecke Glaub ich links Wie abdecken Wir spawnen schnell Ah, ne Harry ist ja da Harry ist links Es ist Bashwrap ESL ist erlaubt Jungs, denk dran Ich gehe mit nach links zu Harry War zu ruhig, oder? Ja Hab hier einen bei mir gehabt Wir retten sie nicht B, ja B, blinken Doch mal Uff, ganz vorne Vorne Ecke oder einer Linke Ecke B Es klappt bei mir einfach nicht mit ihnen hinlegen Zweier kommen über A kurz Einer Van Ohne Garage Ab links Soldier Habe ich Habe ich Den auf C hatte ich Ah, die werden gleich gerätzt Vor dunkler Treppe Dunkle Treppe, ja Den habe ich Was ist mit B B B Habe ich ein B-Shop, B-Shop Ich blocke Ich komme über lang Ich komme über lang Bibo Einer bei A Lenk ihn ab Es sind zwei Mann hier Ich glaube ich bin down Drei Zwo oder Drei sind das Spawn bei B noch Spawn bei B noch Drei Mann B B geht weg Einer aus A Spawn Bitter einer mit Da ist einer am Van Nehm noch B Swap bei mir, wir können Zwei Mann B Flag range Der ist zu den Trümmern gerannt Wie es nicht klappt Das ist auf meiner Leiche Trümmer Harry Hat mich Da kommt jetzt rüber zur Garage Hat mich Harry Letzter Harry, wie viele? Zwo oder Drei Ja, Treppe drauf B ist markiert Geht den Zwanziger H-Win Schön Dirk Sauber Wo man hin noch werden Einer drüben Wo ist vor jetzt? Ich hab den Suppress Ich hab den Suppress Ich hab den Suppress Der kann nichts machen Schön Einer noch in und bravo Hab ich Ich komme Harry, lauft ihr weiter? Das war ne Doch das war ne Doch das war ne Nate Im Flug schon ewig Zwei Mann A ohne Van Lass Lass, lass, brauch du ne D, 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 D Ach, immer noch 2 Mann A ohne Van Ohne Van Ohne Van, hat Hit hinter dem ersten stein ohne wenn einer weg genau wieder beliebt worden ab 2 einer noch zwanziger hat mich der geht jetzt gleich retten auf d er ist noch oben die spawn gleich dort zwei sekunden und karten auf die auf c zwei mal ohne eckhaus sie kommt einer hoch die retten jetzt zwei mann auf dem platz einer geht zum haus zwei mann liegen da noch zwei mann aber bei dem was ist bei dir noch ich gehe mal der granate rein lasst mich hier 20er sieht sehr safe aus die strafe aus wo man auf die wo man auf die macht man perks harry andersberg ich gebe 1 20 auf die 20 habe ich 20 hat mich aber die 10 muss gesafe werden ich sponge halt hier ganz erratisch ich habe die 10 zurück sie sieht safe aus, geh mit nach B mit 4 mann Abwärts ist einer Wenn den Puls hat ist Abwärts ist jetzt alleine Abwärts ausgang Können wir bitte Squats machen Können wir bitte Squats machen Leute D blinkt Da sind zwei Mann auf C Einer Garage und einer in Richtung Garten Da ist er dort 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 Sauber Los auf A Ray Auf A C waren drei Mann down here Abwärts Mit Van Mit Van mit Mass Hat mich Einer A noch Zwei Mann A Rechts Bebo gespawnt Hat mich The Hanky Bebo Gehen schon auf D hoch Die linke Treppe Zwei Mann Ja Kapten kommt einer Kapten Abwärts 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 Einer ist bei A mit Van Abwärts 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 weg ist am container d eckladen vorne zwei mann a c container d geht weg an der kleinen treppe d sauber 2 mann markiert geht zu garten treppe hoch jetzt ab 1 2 das kann ich sei zu beleid harry kundig der garten könnte jetzt einer zu a kommen und einer kommt zu d aus dem garten ein mann kommt zu d aus ich halte alleine das war ein solcher spottet garten es hat er mir spiel die 20 und im d haus er ist rausgesprungen über dings das am van lassen das wenn ohne wenn ohne wenn man hat ohne mit wenn es der letzte wo geht er hoch zweimal ist ein A, pass auf da kommt einer von der Straße hab ich er lebt noch macht mal alle zusammen A jetzt, der darfst du drüben ziehen A weg da ist noch einer hinten an der Ecke, kommt jetzt A kurz langsam ja mit WAN mit WAN mich auch von hinten A kurz, hab ich doch gesagt ja mann ja wer ist denn da jetzt ohne WAN reingelaufen geil, spawnen wir bei mir komm Harry jo A lang hab ich ich geh ins Haus ja Garten Treppe die ist helfen noch, wer kann Garten, hab ich einen Garten noch einer, Cortainer wir haben neutralisiert die Objektive ich habe ein enemy Soldier over Feds, over here Apotheke, Apotheke Apotheke er läuft ins Garten wo ist denn der bei A Rookie weiß ich nicht, weiß nicht ob er einer ist ich ich kann ziehen, der muss Bibo sein, Bibo oder ohne WAN wird Bibo sein, Bibo oder Schmarrn Naja hinter neben Garage naja, der ist kurz voll traf ich einer ist noch Camperhaus hier ist der MED so, Camperhaus ab zwei von B an der Straße, genau ja, hast du schon gesehen ja, genau A kurz kommt was A kurz kommt was das ist was ok Camper aus Rheinland und Shop Bibo Bibo habe ich gut Treppe zu C Treppe zu C zwei Mann Ach, hat mich Ab ihn der hinten raus ist ja, ich gehe jetzt erstmal auf Flagrange kurz, kurz kurz ist auch noch was naja ab zwei auf A hab ein Harry hat mich auch ah, sauber ich bin am Busch, glaube ich lass mich nicht auf der Leiche auf der Leiche Busch hab ich schön Enemies Soldiers spottet, over sauber ich werde hier ziehen Haus Haus House aus Haus Spann Haus oo Haus habe ich D Zwei Mann D weg er jetzt halten darauf in lang 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 an der ecke noch an der langen ecke rüber gelaufen holt den anderen vom shop lang 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 zwei mann abc ticket habe ich ein felix wasser ich habe ich ein ich kann dir sagen ich kann dir sagen wenn einer kurz rein gelaufen kommt a safe lauf weiter ich ziehe da ist eine gespawnt jetzt kurz haben wir die kommen d hoch jedenfalls bis jetzt zwei mann d hoch von b an der seien auf der straße ja einer da sind zweimal eine autos einer henke ist jetzt habe ich das war nicht noch ich halte alleine ja genau der felix war es genau ja es sind drei mann auf c laufen zu a runter sogar zu darken ich spawne bei uns und spawne zwei mann mit und einer ohne mann ich bin dauernd auf dem bus das wird wahrscheinlich da hoch gehen und einer auf apotheke das sind zwei 2 x arm mit 1 x 1 rein top ich hab weiter auf A jetzt muss er anders sein das wüsste ich nicht flash im Haus in der Apotheke ist einer ja immer noch das sind zwei Apotheke das ist noch eine Apotheke denn A wieder einer lang ein nice wer geht uns C ist auch einer immer noch drei Mann A immer noch hat mich zwei Mann ohne Van zwei Mann drei Mann down auf A sauber ich höre noch Schritte bei mir ja ohne Van zwei Mann mindestens da ist noch einer hol ihn dir das war's ich komme ich bin da ich zieh ich zieh ich zieh noch alleine jetzt wird geblockt jetzt wieder einer die könnten durch den Garten auch auf C gehen ach vor uns gespawnt lächerlich das ist nur lächerlich ok ich bin da ich bin da was ist denn mit C ist jemand da? ich spawne C geht weg sie rennt raus raus reingegangen ja scheiße drei waren es insgesamt Haus hab ich das da ist noch einer Einer ist ohne Van auf A und der andere mit wenn oder bibel ein habe ich das war ja das war ein das war ein ich hab nur ein ist voll a ist komplett voll und drückt da mir acht drei mann gartenkompass das auf die pushen der da links ist kommen körper zu dir ja ja ein hab ich auf b da ist noch einer der zwei sind da noch reihe aber in lust kommt kommt das weiß nicht ob schon einer lang die einer freckwinsch keine ahnung ist hier nicht geht sehr was soll ich aber ja des uns eine freckwinschung kommt abo teker abo teker immer kleine drüber vorne geht ohne wenn hat er die ecke drüber das war ich habe ein auf d im trümmer das war der pflanze hier der andere ist die apotheke noch sanktum war da ab zweimal in den apotheken ich gehe zu c rüber ich ziehe fettig ich gehe zu c da lass sie doch ach so nicht scheiße da hätte noch jemand von müssen gerade eben einer steht lang ab den felix karten ist sauber wer da ich gehe lang die kommen bestimmt habt ihr lang im blick eigentlich habt ihr alle das akkurz ab in ab 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 ach einer kommt nein zwei mann direkt dahinter einen habe ich auf dem garten war was einer kommt ins haus rein hat mich nein habe ich im haus habe ich bin auch ohne wenn ab dem fähling auf b alle da und alle da und dann krieg ich gleich ein besuch auf b 2 ohne wenn sie alleine ab 1 auf b die wo habe ich sie gut aus siehst du fertig drücke zwei mann rechts ein habe ich drei mann rechts zwei mann zwei mann hast gesehen wo ich da und bin der kommt von links zwei mann von links zur rechten brücke aber auch schon auf unserer seite der scene gehen jetzt ab es wird ich glaube ich hier kurz habe ich ein da ist einer links drin im laden am trafo hier vorne im laden auch hat nicht nein zwei mann b kurz Wie sieht es bei B aus? Ab 1 Ah Sind noch 2 Ab 2, lol Ich werde spawnen, bitte Nice, Junge Oh, da ist er gleich runtergegangen Screenshot